Und in wenigen Momenten wird der neue Bundesratspräsident Peter Rage diese Sitzung des Bundesrats mit seiner Antrittsrede eröffnen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 929. Sitzung des Bundesrates. Ich darf gleich beginnen, hoffe, dass wir am Tirol-Abend dabei waren, früher oder später irgendwann ins Bett gekommen sein. Ich bedanke mich am Anfang noch einmal für eure Teilnahme, für euer Mitwirken. Ich glaube, es war ein wunderschöner Abend und bin sehr froh, dass wir heute wieder vollzählig da sein können. Ich komme jetzt zu meiner Antrittsrede und bitte daher um eure Aufmerksamkeit.